So, vielleicht krieg ich's jetzt nochmal hin, ne? Den Moment, den ich meinte, wo es klingt wie Chiros Reise ins Zauberland. Das! Genau das! Das erinnert mich immer sehr an Chiros Reise ins Zauberland. Ich mein, klar, ich weiß, das sind nur... Das sind nur Swells. String Swells. Aber, ähm... Es sind ja auch einfach nur Streicher... Also, ja, ne? Das sind letztendlich Streicher, die spielen einen Ton und das halt als Swellen, aber... Ähm... Ich finde, es ist, ähm, trotzdem sehr ikonisch irgendwie für Chiros Reise ins Zauberland. Das sieht immer noch so komisch aus. Ja, ich weiß. Komm, ich rede jetzt aber mit Sarah. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Keine Ahnung, was ist die Arbeit? Herzlich willkommen zurück zu Starfield übrigens, hab ich das schon gesagt. Hm... Ich bin... Ich dachte gerade, dass da steht, ich bin Arbeit. Ich muss mich erst noch eingewöhnen. Was ist die Constellation? Was macht ihr? Wir sind Entdecker. Oh, sie ist etwas unerlichtig jetzt, ne? Wir nehmen das nur ein bisschen ernster als andere. Unser Gründer Sebastian Banks hat vor Jahrzehnten eine kleine Gruppe von Leuten aus allen Winkeln der besiedelten Systeme versammelt, um die größte Frage überhaupt zu erforschen. Was ist dort draußen? Diese Artefakte sind vielleicht das, wonach wir gesucht haben. Ein großes Geheimnis des Universums, das wir entschlüsseln sollen. Ich dachte schon, die Frage wäre, ähm, die Frage, auf die die Antwort 42 ist. Obwohl, man wissen ja gar nicht, ob auf die, dass es die Frage sein muss, auf die die Antwort 42 ist. Deep Thought hat ja nur gesagt, dass man erst die Frage finden muss. Vielleicht suchen sie ja genau diese Frage. Was ist da draußen? Vielleicht ist, was ist da draußen die richtige Frage? Vielleicht ist auch die Antwort auf, was ist da draußen 42? Ich weiß es ja nicht. Ähm, wie bekannt ist die Constellation? Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ich kann es mir vorstellen. Vergiss erst einmal die Geschichten, dass es uns nicht mehr gibt. Hm? Ich halte nichts davon, unseren Namen überall zu verbreiten. Das Universum erkunden, das Unbekannte erforschen, das zählt. Finde ich gut. Außerdem haben wir durch die mysteriöse Aura mehr Handlungsspielraum. Ein gefestigter Ruf könnte uns einengen. Ja, okay, sehe ich auch ein. Hm. Was wisst ihr über die Aktefakte? Nicht viel, aber du hast sie selbst gesehen. Man erkennt schnell, dass man es hier mit etwas Außergewöhnlichem zu tun hat. Was genau das ist, müssen wir herausfinden. Das ist unser Job. Jetzt, auch meiner. Ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Okay. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Okay. Ich bin ganz schön aufgeregt. Meine erste Mission. Gut, ich kann... Dann kann ich mehr über die United Colonies erfahren. Rumrennerei zahlt sich oft nicht aus wie erwartet. Die UC Vanguard. Andere Leute haben auch Artefakte. Die UC Vanguard. Ein freiwilligen Trupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so teilen. Ich glaube, wir kennen ihn schon. Ich glaube, wir kennen ihn schon. Andere Leute haben auch Artefakte. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir über dieses Mysterium gestolpert sind. Aber kaum jemand sucht im All nach dem Unbekannten. Sie suchen Welten, die sie besiedeln. Ressourcen, die sie abbauen. Territorien, die sie verteidigen können. Ein merkwürdiger Fels oder ein einziges seltsames Stück Metall würde ihnen nicht viel sagen. Deswegen besteht die Constellation, um diese Dinge zusammenzusetzen. Verstehe. Jetzt kommt ein bisschen von oben herab, aber ist schon okay. Ich bin gerade schön aufgeregt. Meine erste Mission... Hier ging es am Anfang genauso. Es liegt... Ein Köln in der Luft und weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Sehr schön. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden. Oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Eigentlich will ich erst alleine etwas machen. Was habe ich von der Sache? Zahlt die Constellation mir ein Gehalt? Ist mir ehrlich gesagt relativ egal gerade. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Und solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Okay, das klingt fahrlässig. Eine Organisation sollte Regeln haben. Was heißt das? Ist euch egal, wenn ich etwas stehle, solange ich nicht erwischt werde? Verstanden. Gut. Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Hey, sehen Sie sich das an. Das ist so witzig, dass die Xbox-Sachen tatsächlich, die Xbox-Meldungen, nicht in OBS mit aufgenommen werden. Obwohl es den ganzen Bildschirm aufnimmt. Alle anderen Meldungen werden aufgenommen. Kannst du ein paar Dokumente unterscheiden? Finanzdokumente, genauer gesagt. Es hört nie auf, oder? Wage ich zu fragen, was ich diesmal bezahle? Treibstoff ist leider nicht umsonst. Die Artefaktjagd hält uns auf Trab. Gut, dass ihr mich habt, Miss Morgan. Wer weiß, wie ihr alleine zurechtfällt. Unsinn, Walter. Wir lieben dich wegen deines sprühenden Charms. Die Credits sind nur ein Bonus. Schön, wie die beiden den ganzen Tag anscheinend da rumsitzen. Macht ihr das jetzt echt den ganzen Tag? Setzt ihr beide die ganze Zeit rum? Okay, okay, okay. Cool. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Ja, danke, Vasco. Alles gut. New Atlantis. Es ist so grün-smogig hier am Tag. Ich hasse diesen grünen Smog. Entschuldigung, aber das ist... Das aussieht dieses eine Biom auch bei Satisfactory, was ich gar nicht mag. Ich weiß nicht, das ist echt nicht mein Fall. Es mag für Leute spaceig aussehen oder sonst was, aber dieser grüne Smog ist echt widerlich. Sonst alles in Ordnung bei dir? Sarah? Geht's dir gut? Gibt es etwas, was ich wissen sollte? Sarah? Okay, darf ich dich etwas Persönliches fragen? Frag mich, was du willst. Das sind nicht die Fragen, die ich fragen wollte. Ich wollte eigentlich fragen, ob du sonst noch andere Probleme hast, außer hier so komisch rumzuhopsen. Hast du irgendwelche religiösen Überzeugungen vielleicht, die dich dazu veranlassen? Veranlassen? Ja, dich dazu veranlassen, das ist korrekt. Keine Ahnung. Also, weshalb du hier so rumhüpfst? Gibt's da religiöse Hintergründe oder so? Meine Eltern waren aufgeklärte, aber sie waren immer so beschäftigt, dass sie es nie wirklich gelebt haben. Als ich alt genug war, um solche Themen selbst zu hinterfragen, bin ich nie auf die Idee gekommen, einer organisierten Religion beizutreten. Ich würde schon gerne an etwas glauben. Mein wissenschaftlicher Verstand liegt nur oft im Clinch mit meiner spirituellen Mitte. Nachdem ich da draußen war, im Sternenmeer, die vielen Wunder selbst gesehen habe, brauche ich Antworten, keine religiösen Theorien. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht, aber keine Sorge. Solange wir auf dieser Reise sind, respektiere ich deinen religiösen Glauben. Alles gut. Alles gut. Ich habe keinen dergleichen religiösen Glauben. Ähm, was siehst du als seine Fachgebiete anzählt dazu, eventuell irgendwie so komisch in der Gegend rumzupsen? Abgesehen davon, dass ich seit fünf Jahren Vorsitzende der Constellation bin? Hm, mal sehen. Ich habe ein Händchen für Astrodynamik. Ah, richtig gut. Das ist besonders gut. Das war immer wieder ziemlich hilfreich. Und was die Planetenerkundung angeht, mein Fachgebiet ist die Botanik. Auch okay. Also keine Sorge. Ich lasse dich nichts essen, was dich ins Krankenhaus bringt. Das finde ich beides ziemlich, ähm, angenehm. Ähm, hast du vielleicht noch andere Hobbys aus der Welt anerkunden, wie zum Beispiel sehr auffällig in der Gegend rumhüpfen? Die Erkundung ist mein Leben. Gleichzeitig Beruf und Steckenpferd. Aber ich mache dir ein Geständnis. Du musst das aber für dich behalten. Okay. Einverstanden? Jetzt ist es spannend. Zur Schulzeiten war ich in einer Band. Mhm. Und zwar nicht in einer Schulband, sondern in einer Rockband. Wir hießen Ironic Comet. Ironic Comet. Lächerlicher Name, ich weiß schon. Aber, äh, wir waren Teenager und wollten einfach ein bisschen Spaß haben. Ich würde gerne mal Musik von dir hören. Und bevor du fragst, nein, ich war nicht die Sängerin. Ich saß am Schlagzeug. Gut. Es ist natürlich nie was aus der Band geworden. Aber es war eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Dann, äh, würde ich dich gerne Schlagzeug spielen hören. Zu vielleicht, ähm, Musik von deiner Band. Ähm. Nein, das ist alles okay. Nein, ich muss nicht los. Wir müssen los. Du hast gesagt, wir machen das zusammen. Also machen wir das jetzt bitte auch zusammen. Kommst du bitte mit? Ey, ich weiß nicht, was ihr Problem ist, ne? Aber okay, ich gehe da jetzt hin. Ich glaube, ich gehe falsch. Ich glaube, so kommen wir da nicht hin, ne? Weil ich muss irgendwo wieder runter. Und ich komme hier nicht runter. Ich komme hier nur hoch. Ich, ich steige über dieser Frau nicht durch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich weiß nicht, was sie irgendwie tut und warum und wie und wo. Aber das, ähm, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Warum sieht das Gebäude da hinten so scheiße aus? Sieht das besser aus, wenn ich nach da gucke? Ein bisschen, ne? Aber es sieht trotzdem scheiße aus deinem Hintergrund. Habe ich das Spiel eigentlich auf der... Aua! Irgendwas ist gerade in meinem Ohr so gestochen. Ich habe es mir noch, ich habe es mir tatsächlich bisher nicht angeguckt, wie, auf was ich hier eigentlich das Spiel gestellt habe. Ob, ob da noch was geht, ne? Also, habe ich... Haben wir schon auf Ultra? Oh, wir haben tatsächlich auf Ultra. Wir haben auf Ultra. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Wusste ich gar nicht. Bewegungs- und Schärfe-Mittel ist okay. Sharpening 70%. SvS. Variable Shading-Rate beim Rändern. Eigentlich ist es okay, ne? Also, es ist tatsächlich hier so, die Gebäude im Hintergrund... Alles, was auf so einer mittelweiten Entfernung ist, sieht, finde ich, nicht so gut aus im Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Und das, wo wir die dynamische Auflösung zu dem ganzen Kampf schon aushaben. Also, muss sie loslassen. Wir haben noch andere Kinder. Und Enkel. Aber Shayla war besonders. Sie hätte alles werden können. Mir fehlt sie auch. Aber nach dem Unfall ist es gut, dass sie so gestorben ist. Nur ein oder zwei Tage mit ihr wären ein Segen gewesen. Kay? Warum brauchen wir das nicht? Masterstrick, waren wir nicht? Sind wir nicht im Masterstrick? Ähm, wollen wir sie da lassen? Sie nimmt ihren eigenen Zug. Schon okay. Sie sind doch jetzt an der gleichen Stelle wieder, oder nicht? Ich bin verwirrt. Und sie hat, ja, sie hat den nächsten Zug genommen. Wir haben einfach brav hier auf sie gewartet anscheinend, bis der nächste Zug ankommt. Das sieht hier die Spiegelung, das sieht schon ganz gut aus hier, ne? Muss man einfach mal sagen. Sie hören SNN. Ich höre SNN gerade, ehrlich gesagt, nicht. Aber, ja, wir sind doch, also, das verstehe ich jetzt halt nicht, weißt du, weil wir sind, also, wir waren halt, wir waren halt da drüben. Sind hier hochgegangen, sind dann da drüben runtergegangen, sind die Bahn gestiegen, um wieder hinzufahren. Okay. Meinetwegen. Guck, da drüben ist das Gebäude, wo ich gesagt habe, das ist hässlich. Also, denke ich doch. Ja, und da drüben sind wir runtergekommen, da saßen die beiden Herrschaften. Die älteren, oder? Also, jetzt, ne. Ich finde das hier cool, mit diesen Fenstern da unten zur U-Bahn rein. Das ist ziemlich cool. So. Hallöchen, Dame von der Konzeption. Wenn du keinen Termin hast, musst du bitte in der Lobby warten. Okay. Ich rede aber mit diesem Herrn hier, den wir schon kennen. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Das bin ich. Das ist nicht das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Ich hoffe, es ist okay. Von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Schon vielleicht. Ich war doch schon da. Womöglich UC-Bürger werden? Hm. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ja, klar. Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt. Ich sage nein. Okay, passt auf. Aber der Shader wäre eher zu komisch. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars. Ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Okay. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Ähm, wir reden mit ihm. Wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird als Zierat missbraucht. Schlimm. Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Wer ist dieser Moara? Moment, was ist das? Was ist am Sol-System so schlimm? Er ist mir nicht. Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrut Nummer 81 oder so. Das war jetzt irgendwie keine Antwort. Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Okay, ähm, wir reden mit ihm, ne? Also, ich denke ich mal. Im Sol-System gibt es viele Planeten. Aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Seidonia. Du meinst in den Mars, oder, John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Sicher. Mit Sicherheit. Hm, danke schon für deine Lieferung. Dann kommst du auf nach Seidonia. Hm, kannst du mir etwas über Seidonia sagen? Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie Blau und Grün aussehen. Okay. Okay. Hat Moara gesagt, wo diese Kühlerfigur, wo er diese Kühlerfigur gefunden hat. Musst du ihn fragen. Aber Vanguard Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einen Piraten abgenommen hat oder so. Okay, ähm... Ich würde sagen... Die Bahne... Hat schon was. Einfach Helium zu verbrennen und zu sehen, wohin die Sterne einführen. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du so weit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Eigentlich wollte ich mich auch bedanken, aber wir haben jetzt wohl das Gespräch so beendet. Ich dachte, dass diese Antwortmöglichkeit vielleicht dazu führt, dass sie noch hier so... Nein, egal. Ja, ich würde sagen, wir fahren wohl zurück zum Sternhafen, ne? Oder sowas. Es sei denn, wir wollen vorher noch mal uns irgendwo anders hier umschauen. Wir waren noch nicht in den ganzen Distrikten, oder? Ähm... Hast du ein bisschen Zeit? Vielleicht kannst du uns rumführen oder so? Okay, du hast locker kein Interesse daran, aber... Ähm... Ich würde schon gerne mal mich ein bisschen umschauen. Äh... Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich lauf jetzt einfach mal so rum und du läufst mir hinterher, wenn du magst. Oder du bleibst irgendwo stehen und wir treffen uns wieder wo. Ähm... Ich werde dich aber nicht dazu anspornen, irgendwo stehen zu bleiben. Also, entweder du machst das von dir aus, oder... Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Welcher jetzt? Genau der? Stell dir vor, was er alles erlebt hat. Ja, äh... Wahrscheinlich, wie ihr hier angekommen seid. Also, nicht du persönlich wahrscheinlich, sondern andere, aber... Hm, hm. Das ist schon... Das ist spannend hier. Hat schon eine interessante Aufmachung hier alles in New Atlantis. Obwohl, ich muss sagen... Also, so dieses... Ähm... Die Architektur... Ich bin von der Architektur nicht so ganz überzeugt. Also, dieses... Ähm... Die Architektur ist halt so... So... Es wirkt halt hier alles so klein. Irgendwie die Architektur ist so gemacht, dass es... Das ist so ein bisschen wie wenn alles Lego-Sets wären, die Gebäude. Wisst ihr, was ich meine? So dieses... Diese Gebäude, die zwar aussehen wie richtige Gebäude, aber in denen innen niemals genug Platz ist, dass da, ähm, Leute wirklich drin wohnen können. Das genau hier unter unseren Füßen ruht. Die Beschränkungen haben die besiedelten Systeme über Nacht verwandelt. Okay. Aber auch mit einem Friederstrich die Wirtschaft ins Chaos gestürzt. Und sie waren der Beginn von etwas Entscheidendem. Der Kooperation zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Ich hätte mal den Anfang mitkriegen sollen. Wir sind voll im Museum gerade. Keiner klatscht. Okay, danke. Dieser Raum dient der stillen Einkehr. Bitte seid also möglichst leise. Okay. Der stillen Einkehr, okay. Interessantes Exponat. Komm, sie... Ist das nicht unsere Freundin hier? Die mit dem Strom? Siehst du, richtig... Sperrvertrag-Archiv. Was es nicht gibt, ne? Ich fürchte beinahe... Die Herrschaften sehen nicht unbedingt so aus, als dürfte man hier jetzt einfach so rein. Vielleicht aber auch doch. We recall the coast of unfettered war. We stand as the bulwark of peace. Okay. Hat was Chinesisches an sich. So irgendwie dieses... Dieses Ding, ne? Finde ich. Okay, you see. Das ist wahrscheinlich Freestar Collective. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Darf man hier rein? Archivfache. Kein Smalltalk im Dienst. Okay, darf man rein? Secure Area. Authorized Entrance only. Darf ich da rein? Krass, okay. Ich wusste nicht, dass ich autorisiert bin. Hallo? Okay, mich hat jetzt noch keiner irgendwie blöd angemacht. Aber ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Ich gehe mal wieder. Irgendwie hat das... Das ist irgendwie komisch. Ich gehe mal wieder. Hast du Lust mitzukommen? Sarah? Dass die Türen immer hinter einem nicht wieder zugehen, ne? Diese... Also solche. Also die bei den anderen Türen. Okay, verstehe ich, dass man die selber zumachen muss. So die typischen Klapptüren. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sollsystem wird relativ wenig bereist. Adieu. Adieu. Wir werden gleich mal auf dem Mars. Und das... Ich glaube, das wird ganz schön auf dem Mars. Ich habe ein paar Hoffnungen. Ich finde... Also ich... Warum so negativ? Also okay, sie hat das gar nicht gesagt. Oder der Typ war so negativ. Was ist das hier? Sag mir einfach, wie viele Nullen noch fehlen. Neon-Händler. Wir können dir leider nichts verkaufen. Nur für UC-Bürger. Fehl in Relative. Schon verstanden. Und mich als Bürger aufzuschreiben würde... Wie viel kosten? Bestechung ist in den Colonies ein Verbrechen. Hm. Schön. Dann muss ich wohl einfach mit deinem Vorgesetzten reden. Guten Tag. Das kann sein, sowas ja. Was ist das? Eine Skulptur? Wer bist du? Es ist ein Käufermarkt. Die beste Zeit, um zuzuschlagen. Okay. Willkommen bei Affilion. Börse? Ich bin Zora und ich stehe dir bei allen Immobilienfragen zur Seite. Was führt dich heute her? Suchst du ein Zuhause? Eine schicke Zweitwohnung? Oder siehst du dich nur um? Ähm... Ihh... Das sieht ja jetzt doof aus. Äh... Eigentlich bin ich... zu... fällig... hier. Kein Problem. Ist gar nicht so selten. Ich plaudere immer gern mit neuen Gesichtern. Hm. Ich helfe gern, wenn du noch mehr Fragen hast. Oder dir Immobilien ansehen möchtest. Äh... Ich würd gerne was zum anderen... Wo... 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 Ja? Gut. Ich lade nur eben deine Daten. Oh... Tut mir leid. Aber du hast keine UC-Bürgerschaft. Du kannst hier in New Atlantis also leider keine Immobilien erwerben. Solltest du dich für die Einbürgerung entscheiden, helfen wir dir gern weiter. Ha. Schön wär's. Von wegen. Ich kann's gar nicht schauen. Die UC-Vorschriften und die hohe Nachfrage hier machen es schwer, neue Märkte zu erschließen. Aber ich verhalte die Situation definitiv im Auge. Und setze mich für etwas mehr Spielraum ein. Das ist ja blöd. Ich wünsche viel Spaß in New Atlantis. Sie hat gesagt, sie wird mir helfen, aber... Aber... Sie hat mir jetzt gar nichts angeboten. Also ich hatte gar keine Optionen für zu fragen, weil ich hätte... Ich hätte jetzt schon gerne mal... Also... Ich hätt's jetzt gar nicht schlecht gefunden. Mast. Ist das jetzt irgend so ein Memorial-Ding anscheinend? Wo ist der Anfang? Wo ist der Bericht fällig? Keine Ahnung. Dieser Ort ist dem Andenken an die im Koloniekrieg Verstorbenen gewidmet. Bitte seien Sie tätvoll. Okay. Danke. Muss ich's wohl eigentlich nicht mehr lesen, ne? Aber... Irgendwo ist hier auch der Anfang, glaub ich. United Colonies... Wahrscheinlich da, wo das The oder sowas ist. Ah, da, nee, da. In memory of the brave servicemembers of the United Colonies. Schön, dass sie sehen, was sie mitten drauf stellt. Who gave their lives in the colony war. These 30 represent them more than 30.000 who fought and died for freedom. Okay. Toll, jetzt bin ich... Jetzt weiß niemanden, wo ich... Da kam ich her, ne? Aber was ist das? Das hier dieses Universe of Leisure. Und dieser Sushi-Laden. Ich will Sushi. Commercial District. Komm, wir gehen jetzt kurz in den Commercial District, wenn's okay ist. Aber was gab's da hinten noch? Freestar Collective. Das ist doch hier spannend. Das ist das, äh, Dings, ne? Glaub ich, deren Botschaft. Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschauen. Ich bin schon Spacern begegnet. Vielleicht sollten wir einen Augenblick bei der Gedenkstätte unsere Ehre erweisen? Wir waren doch bei der Gedenkstätte. Ich find's okay, dass wir da waren. Das Freestar Collective. Ein Kollektiv der Schlangen. War das jetzt irgendwie positiv oder negativ gemeint? Das FC ist eine Bande von Kriegstreibern und Mördern. Ah. Was sollte da immer noch mit der FC-Botschaft geschehen? Ich will, dass sie abgerissen wird. Dass sie nach all ihren Verbrechen überhaupt eine Botschaft hier haben. nicht zu fassen. Reißt sie nieder. Reißt alles ab. So bleibt man halt diplomatisch im Gespräch, weißt du. Ähm. Nur einen weiteren Kollekrieg zu verändern brauchen wir Diplomatie und daher auch die Botschaft. Diplomatie? Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Das FC schert sich nicht um Diplomatie. Wenn ihnen danach ist, brechen sie jedes Gesetz und jeden Vertrag. Okay. Was ist dein Problem mit dem FC? Mein Problem? Meinst du das ernst? Ich sorge dafür, dass das FC für alle seine furchtbaren Taten gerade steht. Der Kolonie-Krieg war unverzeihlich. Wie sorgst du dafür? Zahllose Leben wurden geopfert. Und nur weil das Freestar-Kollektiv Blut sehen wollte. Das Freestar-Kollektiv hat mir meinen Vater genommen. Jetzt kommen wir der Sache näher. Aber das will ich nicht. Ich will nicht damit leben. Ich will, dass die Leute aufwachen und erkennen, was das FC uns angetan hat. Dass sie wütend sind. Ich würde mir gerne erst mal selbst ein Bild davon machen. Ja, vielleicht hast du ja recht. Aber, aber... Zurück ans Werk. Aber, ne? Also ich, genau. Zurück ans Werk. Ich gehe zum Freestyle-Kollektiv. Ambassy und, ähm... Ambassy. Heißt das Ambassy? Ambassador? Mir kommt es wie gestern vor. Ambassy. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Ähm... Skulptur. Mhm. Aber es wird wohl, was... Also es wird wohl von Ambassador... Oder Ambassador wird abgeleitet sein von Ambassy. So rum, aber... Ja. Wenn du hier keine Geschäfte hast, dann troll dich lieber. Okay. Darf ich hochgehen? Darf ich... Darf ich hochgehen? Und schön. Vielleicht habe ich ja hier Geschäfte. Wer sagt denn, dass ich keine habe? Sieht verdächtig nach einer Tür aus. Sehr verdächtig. Das ist schon etwas merkwürdig hier. Muss ich zugeben. Also. Das ist etwas sehr merkwürdig hier. Der Profit ist uns. Also jetzt wären wir irgendwie in dem... ...absoluten Geheimagenten... ...Hauptquartier. Können wir das Raumschiff sehen, was gerade startet? Oder da vielleicht? Ich verpasse das immer, wie die Raumschiffe starten. Aber ich finde es cool, dass sie es eingebaut haben. Dass man hier... Also selbst wenn es nur ein Sound ist... ...und so finde ich es halt ziemlich cool, dass du es regelmäßig halt hörst. Verzieh dich! Ohne einen Termin spricht niemand mit der Botschafterin. Und du hast keinen. Okay. Dann halt nicht. Gut. Vielleicht bin ich doch auf der Seite der Lady hier. Aber ich finde es ein bisschen verfrüht, um das zu sagen. Also weil das heißt jetzt erstmal noch nicht, dass sie Verträge brechen. Dass ihnen alles scheißegal ist. Bloß weil die sagen halt irgendwie so, ne? Ja, genau. Das ist... ...wie... ...wenn einen jemand beleidigt... ...will man ihm oft einfach... ...die Scheiße rausprügeln. Macht man aber nicht. Daran hatte ich zwar nicht gedacht, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, Marcus. Der Mann in der Geschichte war grausam. Für den Menschen ist das doch sowieso ein ewiger Teufelskreis. Krieg und Frieden. Ist doch völlig sinnlos, sich so anzustrengen. Wenn es sowieso nicht hält. Es ändert sich nie was. Es ist nicht einfach, aber notwendig. Weil sich... ...alles verändert hat. Gott hat uns Intelligenz und Findigkeit verliehen, damit wir zu den Sternen reisen. Auf seinem Weg. Um ihn zu finden. Doch allein schaffen wir das nicht. Es geht nur durch... ...Alleid. Ha! Allheit. Ja, Andreas. Ja. Allheit. Nun denn, ihr habt bestimmt noch andere Dinge zu tun. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vorbeizukommen. Er regt mich immer zum Nachdenken an. Verständlich, oder? Ich mag die Musik wirklich sehr, sehr gerne irgendwie von Starfield. Ich mag das Wasser hier nicht so. Das sieht so tot aus. So, so unbeweglich, so... Ich weiß nicht. Irgendwas dran komisch. Es wirkt so undurchsichtig. Reflektiert auch kaum. Das ist ganz merkwürdig. Trinken will ich es lieber nicht. Es ist so... ...gelb. Das ist Gold. Sanctum Universum. Uh. Das ist natürlich schick. Wir sind jetzt hier in so einem Gotteshaus anscheinend. Ich versuche jetzt jedes Jahr ein paar Reisen zu unternehmen, ohne bestimmtes Ziel. Es zählt der Sprung. Okay. Ein simpler Sprung derselbe, den ich schon unzählige Male gemacht hatte und... mich berührte etwas... mich berührte etwas... etwas Warmes und Gutes. Das ist schön für dich. Das ist wirklich schön für dich. Ähm... Okay. Darf ich hier so... Darf ich mal einfach hier... Einfach mal einen raushauen hier. Zwischen den Graph springen. Ah, ich glaube... Ich glaube, da habe ich was Besseres. Wollen wir mal kurz. Ähm... Ähm... Okay. Atemberaubend, nicht wahr? Je weiter wir nach den Sternen greifen, desto mehr erfahren wir über uns selbst. Wir werden von Jahr zu Jahr mehr. Aquilus Botschaft kommt bei den Leuten an. Ich mag seine Oberteilung und wie das ist cool. Okay. Da... Da sind wir reingekommen, ne? Und hier ist sein Büroanschein. Hm... Die Türen sind aber so fancy. Kann ich dir irgendwie helfen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht immer den perfekten Ratschlag für die Menschen, aber ich versuche einfach für sie da zu sein. Das brauchen viele dringender als alles andere. Das finde ich... Suchst du weltliche Weisheit oder nur ein offenes Ohr? Hm... Schokolade. Bist du dir da sicher? Ich glaube, wir suchen alle etwas, auch wenn wir es vielleicht nicht wissen. Ich mag mich natürlich täuschen. Es wäre gewissentlich das erste Mal. Aber wenn du dich nach mehr sehnst, kann die Kirche dir vielleicht helfen. Ich suche mehr Artefakte, hätte ich gesagt. Vielleicht siehst du einfach mal unsere Schriften. Am besten fängst du mit zwischen den Grafsprüngen an. Wir haben sicher irgendwo ein Exemplar herumliegen. Und wenn du möchtest, können wir uns danach unterhalten. Ich stehe gerne dafür zur Verfügung. Und auch wenn du etwas anderes brauchst. Wie habe ich das irgendwie getan? Ich kann mich nicht erinnern. Das ging nicht. Hat dich wohl noch nicht. Das ist schon in Ordnung. Es ist dir sicher nur entfallen. Man hat ja so viele Dinge im Kopf. Es liegt sicher irgendwo ein Exemplar herum. Falls du es durchstöberst, würde ich danach gerne deine Meinung dazu hören. Ich öffne mal einen Blick rein. Wunderbar. Ich würde mich gerne einmal mit dir darüber unterhalten. Das machen wir doch gleich mal. Allerdings in der nächsten Folge, Leute. Bis dann.